hallo leute ein wunderschönen guten morgen ich habe ein hoffentlich heute mal kurzes video da geht es schon was ganz simples und zwar ihr kennt selbst der seiten im unternehmen das unternehmen ist gewachsen ihr habt mehr mitarbeiter ihr bekommt dadurch auch unterstützung das heißt ihr bekommt auch weitere kollegen dazu das ganze splittet sich dann so langsam das heißt ihr geht in verschiedene bereiche das heißt ihr habt vielleicht noch den infrastrukturellen bereich es gibt dann applikations admin es gibt dann vielleicht auch ein helpdesk jetzt etc und dann auf einmal merkt man am anfang hatten alle sozusagen waren sie gleichberechtigt später merkt man das konzept ist vielleicht nicht mehr unbedingt das beste man möchte die aufgaben naja so wie sowieso schon aufgesplittet sind auch in den berechtigung wieder spiegeln das heißt ein helpdesk der muss jetzt nicht zwingend jetzt volle zugriffsrechte auf dem domain controller haben oder 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 dazu hatten hatte ich ja schon ein video gemacht wie man das tierkonzept da hat man ja schon mal also also das tierberechtigung konzept hat man hatte ich ja schon ein video drüber gemacht und da ging es ja primär auch darum dass man auch da die verschiedenen berechtigungsstufen abschottet voneinander dass auch ein höherrangiger admin sich nicht zwingend am low level tier anmelden kann und ähnlich geht es auch hier jetzt würde ich mir gerne folgendes mit euch machen wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass wir ein mitarbeiter haben der auf eine management management maschine darf die management maschine falls ihr meine video rei verfolgt habt da dürfen also server dürfen letztendlich dann t1 admins drauf wir gucken jetzt einfach mal was wir da so haben weil es nicht sogar schon offen doch ich hatte offen egal wir gehen mal hier rein also dass meine administratoren ich habe okay das ist jetzt natürlich nur einer der verschiedenen verschiedenen bereichen tätig sein darf und gut ich würde aber es doch beziehungsweise der hier ist es ja ich würde aber trotzdem nicht der dem hier bedienen und würde sagen okay wir schauen uns das jetzt mal an also hier das ist ein domain controller das ist eine service maschine also ganz normaler server das heißt hier könnte ich mich mit dem t0 anmelden und hier kann ich mich mit dem t1 anmelden und jetzt geht es eigentlich darum ich habe die erste tools installiert dazu zeige ich euch auch kurz so wie das funktioniert ihr begibt euch den server manager hier geht auf rollen und features ok wenn das soweit ist also auch dann noch mal für den hintergrund warum mache ich das jetzt ihr könnt euch vorstellen das wäre es vielleicht management aus von dem er aus alles steuern wollte sind damit ihr nicht auf jeden einzelnen server drauf müsste man würde dir jetzt müsste eigentlich hoffentlich soweit sein könnte die über rollen und features weiter weiter den punkt überspringen wir gehen auch hier auf weiter und ganz da unten gibt es genau die remote verwaltungs tools genau und hier habe ich dann das hier und die ad tools sozusagen habe ich hier installiert ihr seht es alles angehakt das breche ich jetzt an der stelle ab das ist das was hier im hintergrund was ich euch schon mal für den desktop vorbereitet habe und wenn wir das hier öffnen dann ist es eigentlich identisch mit dem hier nur mit der unterscheidung ich zeige es euch wobei ich sehe es ja schon wenn ich so richtig schreiben würde ihr seht es auch vorne dran schauen dass der administrator okay das ist natürlich der in höchsten rechten und der hier ist der t1 lump t1 lump ist letztendlich wie gesagt nur auf die maschinen berechtigt also die server sind und nicht ein dc oder exchange aber auch hier ist jetzt der 1 lump aber trotzdem wenn wir uns komplett der t1 lump so soweit so gut jetzt wenn ich jetzt hergehe und ja wir sind hier schon marketing bereich also es wäre jetzt mitarbeit im marketing der meldet sich jetzt bei euch und er bräuchte andere berechtigung wie ich schon mal sagte es wäre am sinnvollsten wenn ihr mit berechtigungsgruppen arbeitet zum beispiel für laufwerksfreigabe oder 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 also ich würde dir sehr ungern einen einzelnen benutzer irgendwo berechtigen macht es lieber über gruppen sondern gehen wir in die eigenschaften und sagen ich möchte den mitglied von einem mann der dürfte jetzt auch einen vertrieb aus falsch ergreifen würde sagen falscher vertrieb natürlich will man es auch aus und sagen okay und jetzt werden wir sehr schnell feststellen der hat gar keine rechte dafür so genau dass sie sind nicht berechtigt bla und so weiter so das nächste szenario was ihr kennt ist ja auch keine seltenheit der benutzer meldet sich bei euch und sagt ich habe mich gesperrt können ob im kurz entsperren können natürlich können wir sagen kennen wir zurücksetzen dann vergeben ein neues kennwort und da auch noch mal ein neues kennwort wir würden und den haken entsperren setzen und dann fällt uns schon auf hier ist es ausgegraut okay also würde ich sagen klick aber nein das darf ich auch nicht ja macht ja auch schon sinn weil der t1 admin ist ja eigentlich gar nicht berechtigt auf ein höheres tier zugreifen zu dürfen und jetzt kommen wir zum eigentlichen thema in dem video beschreiben wir nämlich eine delegation ich werde es so ganz einfach und simpel halten wie möglich ich weiß es gibt bild in gruppen den könnten wir uns auch bedienen aber da werde ich gleich darauf eingehen das sehen wir uns gleich wieder so wir gehen jetzt mal vom einfachsten fall aus es gibt ja die konten operatoren mit den konten operatoren hätte man eigentlich schon vieles erschlagen damit man letztendlich dem helpdesk die möglichkeit schaffen könnten genau diese operation die ich gerade machen wollten durchführen kann so ich möchte aber euch aber auch den anderen weg zeigen wie ihr das hättet manuell machen können falls ihr mal jemand spezifischere rechte geben müsste wir gucken uns das ganze einmal an und beziehungsweise wir machen es anders ich habe ja schon gesagt ich würde alles über gruppen regeln also würde ich hier auch erst mal anfangen ich würde eine gruppe anlegen ich belasse das jetzt einfach mal in der uo administratoren und lege jetzt ganz simpel einfach eine gruppe an die benamts ich helpdesk dann würde ich den t1 lump hinzufügen als mitglied so sage t1 genau der hier und damit bestätige ich das ganze so jetzt habe ich erstmal nichts gemacht ich habe eine gruppe angelegt die noch gar nichts darf und ich habe den t1 lump als admin dazu hinzugefügt mehr ist an der stelle noch gar nicht passiert die idee dahinter wäre jetzt ich gehe her und würde könnte jetzt sagen die helpdesk gruppe wird wiederum mitglied von den kunden operatoren und dann wäre ich auch schon safe dann würde das ganze auch schon funktionieren das können wir auch mal machen dann zeige ich euch das ganze einfach mal so ich stecke diese hier zu konten operatoren genau mit einem tab kommt das vervollständigen ich übernehme das ganze und jetzt müsste der t1 lump das eigentlich schon können kann sein dass vielleicht noch mal dsa noch mal neu starten muss aber wir schauen uns einfach mal kurz an mitglied von wir machen jetzt hier dasselbe also er möchte in die falsche gruppe vertrieb so wir kriegen das hier angezeigt sagen okay okay gut ich muss das wahrscheinlich noch mal schließen und ich muss mich neu anmelden das kann natürlich jetzt sein dann gibt mir gerade eine sekunde sonst probieren wir das noch mal halt nicht das sondern der hier eigenschaften mitglied von hinzufügen falscher vertrieb na komm beziehungsweise nicht mit tab sondern namen prüfen okay 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 dann muss ich mich wohl an abmelden da machen wir das eben gleich sehen wir uns gleich wieder gut wir sind wieder neu angemeldet gehen jetzt noch mal auf eigenschaften und mitglied doch das wollte man machen wir wollten denn die falsche gruppe stopfen vertrieb genau und sagen okay übernehmen und jetzt geht das auch genau da war es jetzt halt wegen der gruppe dass ich den nun mal neu anmelden musste so das ist eigentlich schon das was uns schon helfen würde können wir zurücksetzen können wir an der stelle sicherlich auch schon machen gucken wir uns das einfach mal an so da geht's so das ist aber nicht das was mein ziel ist ich möchte euch das ja wie gesagt im detail mal zeigen wir gehen also wieder her wir schmeißen den quatsch da nicht mitglied von konnten operatoren hier wieder raus so sagen übernehmen und auch hier werde ich den jetzt ab und anmelden dann sehen wir uns gleich wieder so wir haben jetzt hier uns wieder an ab gemeldet ich habe die hier die helpdesk gruppe aus den konten operatoren konten operatoren rausgeschmissen wir probieren es jetzt noch mal ob das ganze funktionieren würde wir wollen sie zurückwirken ich will ihm die rechte wieder entziehen sagt okay sagt übernehmen und ich darf es wieder nicht jetzt immer wieder im ursprungszustand soweit okay fangen wir jetzt erstmal mit der kleinigkeit an ich möchte dass der helpdesk das recht hat ein benutzer zum beispiel zu entsperren das wäre der simpelste fall wenn ihr zum beispiel einen naja nehmen wir es mal azubi vielleicht ein praktikanten keine ahnung naja obwohl vielleicht ja da kann man ja wiederum die berechtigung setzen naja muss man halt mal so ein bisschen überlegen für was man es einsetzen kann aber der simpelste fall wie gesagt können wir da zurücksetzen ich glaube das könnte ihr schon bald gar nicht mehr hören wichtig ist jetzt hierbei zu überlegen wo wollt ihr ihm das recht geben ich habe ja zum beispiel schon eine saubere struktur die getrennt ist von allem das heißt die administratoren sind für sich selbst und hier habe ich letztendlich alle mitarbeiter des unternehmens drunter ob ihr das auch hat weiß ich nicht aber wie gesagt solltet ihr darüber nachdenken weil jetzt gehen wir auf den punkt ein dass ich ihm jetzt das recht geben möchte ich delegiere ihm das recht zum passwort zurücksetzen zu können der simpelste fall ist ihr klickt mit dem rechten mausklick hier drauf geht auf objektverwaltung zuweisen wir sagen hier weiter dann fügen wir die gruppe hinzu von wem wir überhaupt reden wir haben ja jetzt die helpdesk gruppe angelegt auch hier die begründung warum helpdesk gruppe gehen wir mal nochmal zurück zu diesem beispiel hier haben wir die übersicht hier gibt es natürlich einen t1 admin aktuell was ist aber wenn es mehrere t1 admins gäbe ich will ja nicht zwingen jeden t1 jetzt auf einmal das recht geben deswegen darf ich nicht die t1 gruppe da rein nehmen sondern ich muss jetzt eine eigenständige gruppe dafür machen damit ich wie gesagt auch da selbst bin dass nicht jeder hinz und kunst das auf einmal darf sondern alle aktuell nur die in helpdesk sind so wir gehen auf helpdesk hinzufügen sagen weiter und da gibt es schon vorgefertigte aufgaben die man zuweisen kann es gibt aber auch benutzerdefinierte wir bedienen uns jetzt aber erstmal dem hier ihr seht ihr ganz oben setzt benutzerkennwörter zurück und erzwingt kontoänderung bei der nächsten anmeldung so wir sagen hier weiter und das sind wir schon bei fertig stellen wir gucken uns das ganze auch mal im detail an wir gehen auf eigenschaften von dem von der eu gehen auf den reiter sicherheit wir gehen auf erweitert und dann werdet ihr auch sehen da ist jetzt der helpdesk hinzugekommen da und da und ihr seht wenn wir jetzt aufgeben wir mal auf bearbeiten und dann seht ihr hier schon kennen wir zurücksetzen das darf er zum beispiel genau das ist unser ziel gewesen und dann sagen wir auch wieder abbrechen beziehungsweise noch ein punkt genau in diese falle bin ich reingetappt und zwar ich denke mal ich brauche ich nichts erklären wenn ich auf das beispiel fileserver eingeht hat man auch das beispiel dazu und da hatte ich euch eine sache gezeigt und zwar hat man gesagt da ging es um anwenden auf da kann man sagen nur dieses objekt dann bleibt es auch innerhalb in dem fall der uu abteilung ihr seht ihr nur wenn ich sage untergeordnete und so weiter dann haben wir nämlich genau das thema vererbung so und ich bin leider gottes öfter in gewachsene strukturen reingekommen selten wo ich eine selbst aufbauen konnte von grund auf und dann weiß man natürlich nicht was wurde gemacht und was hat man sich dabei gedacht und da ist teilweise wirklich auch der fall aufgetreten dann war die vererbung deaktiviert für manche us näher was passiert dann ihr setzt an einer höheren stelle eine eine berechtigung und sie funktioniert einfach nicht und dann fangt ihr an zu suchen und da wird genauso was vielleicht auch bei euch das thema sein dass ihr dann seht dann habe ich zweimal offen wo bist du nicht sind egal ihr wisst was ich meine wir gehen auf die eigenschaften genau und dann dann seht ihr halt dass hier das fmw deaktiviert ist jetzt ist das fmw aber fatal wenn ihr das einfach aktiviert weil ihr wisst ja nicht warum das mal deaktiviert wurde über die sinn und zweckmäßigkeit möchte ich jetzt hier nicht weiter darauf eingehen weil jeder hat so seine gründe warum er etwas eingestellt hat jeder hat seine eigene meinung wie etwas gut oder schlecht sein kann deswegen es gibt hier keine best practice es gibt hier nur ein das war auf meine bedürfnisse perfekt oder es war halt nicht perfekt mehr kann man da eigentlich gar nicht dazu sagen so ich habe jetzt euch den fall gezeigt jetzt ist so wiederum die frage ob das jetzt instant funktioniert kann sein dass ich mich jetzt wieder an abmelden müsste aber wir werden es gleich sehen wobei die zugehörigkeit zur gruppe hatte ich schon es müsste eigentlich funktionieren wir wollen also von dem max mustermann das kennwort zurücksetzen und natürlich funktioniert es noch nicht also wir schließen das ganze und dann öffnen wir das neue kann auch sein dass ich mich gleich doch neu an abmelden muss so wie ist es denn jetzt können wir zurücksetzen nein das ist immer noch nicht der fall okay dann melde ich mich mal ab und sehen wir uns einfach gleich wieder ich habe es doch immer wieder mich selbst zu verkohlen und ja es hat natürlich doch funktioniert aber ich kann euch die unterscheidung zeigen also passt auf wir gehen mal und erstmal produktion ich habe also nichts verändert seitdem was ihr gerade gesehen habt und wir gucken uns denn harry hippo an wenn ich hier auf kennwort zurücksetzen gehe dann seht ihr kein wort muss oder bei der nächsten anmeldung geändert werden okay soweit so gut das ist genau das was wir wollten ich dafür zu kennen wort auch ändern so gucke ich mir das noch mal bei dem hier an können wir zurücksetzen dann habe ich das hier nicht so wenn ich mir über die unterscheidung jetzt angucke ich habe dann harry hippo gehe auf konto und dann sehe ich hier dass hier eigentlich nichts weltbewegendes drin ist so gehe ich auf den hier und dann sehe ich hier kein box läuft nie ab okay ich müsste das jetzt eigentlich mit dem höheren admin machen also ich nehme es ihm einfach mal weg hier und hier ist anders sortiert also marketing der hier darf ihm das wegnehmen ihr habt es auch schon gesehen der andere darf es nicht also nochmal zum zeigen hier ist es nämlich ausgegraut so ne also hier darf ich gar nichts tun und das hier nehme ich jetzt einfach an der stelle weg so jetzt will ich mal auf nummer sicher gehen ich schließe das ganze nochmal ich öffne das ganze nochmal da komm schon so und wenn ich jetzt hier keine zurücksetzen machen möchte jetzt funktioniert das ganze auch okay war mir fehler von mir ja das ist natürlich wieder so ein vorzeigekanal nicht also das ist das genau was ich euch zeigen wollte das war jetzt auch mir wichtig dass ihr das schon mal gesehen habe dass das so funktioniert das heißt ich habe jetzt zwei wege kennengelernt zum einen konnten operatoren wäre schon hilfreich dann habt ihr schon vieles drin das heißt er darf die gruppe geändert werden da darf benutzer das passwort geändert werden sonst was aber eine sache die mir halt wichtig war war eben auch das euch hier zu zeigen gut ich habe mich jetzt natürlich in anführungszeichen selbst verkohlen dass ich jetzt hier das hängen gesetzt hatte so die andere alternative wäre jetzt wir könnte das natürlich noch her gehen und sagen wir wollen weitere berechtigung geben weil einst dafür natürlich immer noch nicht mitglied von ich darf nicht das sondern zum beispiel wenn ich das wieder wegnehmen möchte entfernen sagt okay im ersten step sieht sehr gut aus wenn ich jetzt okay klicke darf ich natürlich nach wie vor nicht ich muss natürlich das recht wegnehmen gut schließen wir das ganze hier wieder gehen hier auf objektverwaltung zuzuweisen gehen auf weiter hinzufügen jetzt wollen wir den helpdesk gruppe natürlich weiteres weiteres recht geben helpdesk so da müssen wir mal gucken ob ich weiß gar nicht ob das jetzt vordefiniert endet wirklich schafft eine gruppe das könnte man natürlich auch tun aber wir gucken uns das mal hier eben schnell an verstehender wirkt eine folgende ordner objekte ordner benutzer objekt ich meine gruppe wer gäbe es hier nochmal hier gibt es computer objekt das nämlich auch glaube ich dass diese verschieben können hier mal gruppe gruppen objekt ich bin mir jetzt nicht sicher ob es das hier schon ist gewählt objekten diesen ordner erstellen und wieder rausnehmen macht natürlich sind ich weiß ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube das hat mit der uu zu tun das das nur eine uu erstellen darf ich bevor ich euch jetzt käse erzählen wie gesagt es ist eigentlich das hier gehen wir wieder hier hoch aber es also das tag also gibt zum beispiel programme dass wir ad manager plus kenne ich zum beispiel das nimmt euch sehr viel ab wenn ihr es richtig definiert habt bei uns ersetzt das echt also es nicht nur ersetzen also die arbeit einen benutzer anzulegen vereinfacht diese software so enorm das heißt ich muss nicht erstmal in ad benutzer anlegen oder im exchange dann schub sich denn sonst wo hin keine ahnung ad manager plus nur ein kleiner ausschwenken ich habe mit denen ich bin nicht verbandelt mit denen ich will nur sagen dass wir das benutzen und ich mega cool finde damit könnt ihr wie gesagt ein zentrales mehr habt ihr ein zentrales management für die benutzerverwaltung ihr könnt mit wenigen klicks könnt ihr benutzer anlegen on the fly ihr könnt sogar eine masse an benutzer anlegen je nachdem wie groß ihr seid und was für einen schwung ihr da immer wieder bekommt ihr könnt templates vor definieren und benutzer anlegen etc aber worauf ich eigentlich hinaus will dieser benutzer bedarf natürlich gewisser berechtigung und genau dafür ist das halt da ich kann ihm das recht zuweisen zum beispiel dass er eine gruppe erstellen oder löschen darf die dass er benutzer erstellen und löschen darf und so weiter und so weiter genau sowas war könnte auch der help dass vielleicht auch benötigen wie gesagt wir werden jetzt er ändert die mitgliedschaft der gruppe einer gruppe also machen wir das jetzt noch schnell ja ich müsste jetzt aber lügen ob das jetzt schon wieder an der fly funktioniert mitglied von kann ich den jetzt entfernen oder muss wieder schließen oder anmelden okay okay genau das wollte ich das war unser ziel so wenn man zum auf der ist jetzt weg wieder aus der gruppe genau jetzt habe ich mein ziel erreicht was ich aber euch jetzt damit sagen wollte ihr könnt das somit bei erstmal ihr müsst dann natürlich darauf achten welche die rechte könnte delegieren und die rechte sind wie gesagt schon vordefiniert nehmen wir nochmal die help dass gruppe und schauen uns das ganze an dann wie gesagt hier gibt es noch einige sachen mehr und wenn euch das nicht reicht könnt ihr auch selbst sozusagen wie nennt man das denn ein template ist ja nicht aber genau genommen ja schon keine ahnung wie es formulieren soll aber ein set an aufgaben die jetzt verknüpft sind an diese gruppe und das heißt ihr könntet jetzt wenn diese gruppe vordefiniert ist was ihr alles darf könntet ihr jetzt ganz bequem neue mitarbeiter die im helpdesk sind da rein schubsen und schon hat er die rechte die er benötigt er muss ja nicht mehr können am ende des tages ihr könntet jetzt auch genauso gut okay momenten t1 muss er sowieso das recht haben sich an den server anzumelden also die anmelden am server brauche natürlich nach wie vor aber solange das dsa hier öffnen kann also hier active directory benutzer und computer verwaltung dann könnte er dann wie gesagt in der helpdesk gruppe eben seine tätigkeit verrichten das gibt es natürlich für sämtliche anderen bereiche wie gesagt ihr müsst halt nur darauf achten weil eins dafür zum beispiel nicht ach so das wollte ich auch noch darauf hinaus was natürlich fatal werden wir nehmen also was ich euch auch zeigen wollte ich für das jetzt hätte der konten operator gereicht gehen wir nochmal zurück ich weiß das video schon wieder ein bisschen wild und geht schon wieder länger als ich eigentlich wollte wir nehmen jetzt ihm einfach mal wieder alle rechte weg da können wir einfach hier drauf gehen wir können auf sicherheit erweitert so alles was jetzt hier mit helpdesk zu tun hat schmeiße ich einfach mal gnadenlos hier raus weg so weg so ich hoffe ich habe jetzt alles weggenommen ich sehe jetzt keinen weiteren sortieren abbrechen weil die sortierung hat hier nämlich auch also dreimal hat es entfernen 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 wir nehmen das alles nochmal weg und ihr seht nämlich auch hier die konten operatoren sind ja schon mit ihr drin und haben entsprechende berechtigung ihr seht auch hier eine objekt erstellen löschen das ist das was ich nämlich vorhin meinte was ich könnte damit jetzt durchaus mehr machen so mit dem konten operator wenn ihr aber nur die rechte so minimal halten wollte wie es gerade euch gezeigt habe aber mir war noch was anderes wichtig wenn ihr sagt okay wir wollen diesen akt nicht gehen mit objekt zuweisen etc jetzt dürfte ich glaube ich nicht mehr wir testen das einfach noch mal was mache ich denn voll soll das noch ganz schnell weil jetzt könnte man nämlich auf andere dumme ideen kommen ich zeige euch gleich was ich meine ja okay ich darf es nicht mehr das passt jetzt dürfte ich auch kein kennwort mehr ändern das sieht schon gut aus glaube ich zumindest ja genau also ich darf es jetzt natürlich nicht mehr jetzt würde ich wieder her gehen und machen wir den klassischen weg was ich euch am anfang gezeigt habe wir nehmen einfach den also oder nicht in klassischen schnellen weg und wir schubsen ihnen einfach die konnten operatoren mitglied mitglied von genau die konnten eine sache ist mir nämlich extrem wichtig auch wenn es da genau jetzt hier ums thema sicherheit geht jetzt gucken wir noch mal ob es jetzt schon darf mitglied von verschieben da darf ich das jetzt nein noch nicht okay also ich muss mich noch mal schnell an abmelden sehen wir uns gleich wieder und dann sind wir auch schon fast am ende bis gleich gut ich bin wieder zurück habe mich auch wieder angemeldet ich möchte jetzt noch mal testen ob es jetzt darf ich bin ja jetzt eine konten operatoren normalerweise müsste es jetzt können ich will das jetzt wieder in fall falsche vertriebs schubsen so sagt okay das hat funktioniert und jetzt kommt der knackpunkt worauf hinaus will jetzt könnte man ja den gedanken fassen im moment er ist konten operator es ist eine bild in gruppe was darf die denn was darfst du denn nicht darf er denn wenn er denn da drin ist der benutzer darf er denn auch in andere gruppe verschieben ich denke da zum beispiel an domain admins gucken wir uns das ganze doch einfach mal an also wir gehen wieder auf die eigenschaften wir den schmeißen wieder raus den promo hier an der stelle nicht die übernehmen und jetzt bin ich ein schlauer atmen und denke oder schnisch schlaue mit dabei dass du hält das und denke den admins zeige ich kann das doch genauso gut wie ihr und sagt okay natürlich jetzt nicht so gesagt wenn man es nicht dürfte darauf wollte ich hinaus dass das ist natürlich sinn und zweck und ziel der sache dass man das verbietet beziehungsweise von vornherein schon nicht darf also ich darf mir keine höheren rechte geben als in der gruppe die ich letztendlich bin ich bin aktuell in konten operatoren so gut damit das video diesmal wirklich nicht so lange dauert würde ich sagen brechen wir es jetzt an der stelle mal ab ich denke es ist angekommen worauf ich hinaus wollte ihr müsst halt darüber nachdenken welt also wenn wenn wollt ihr wirklich aufgaben delegieren natürlich wollt ihr das weil es macht schon sinn reinen berechtigungstechnik und dann müsst ihr natürlich überlegen was berechtigen wollt ihr demjenigen geben wie sie geben könnt habe ich euch gezeigt gibt halt zwei wege entweder bedient euch den bild in konnten oder ihr müsst natürlich darüber nachdenken ob ihr das vielleicht selbst bestimmen wollt mit der delegierung also hier mit rechtem mausklick objekt verwaltung zuweisen am soweit so gut dann müssen natürlich auch noch beachten wegen der geschichte mit der vererbung oder nicht vererbung ihr müsst natürlich auch darauf achten sind der admins darunter das sind ja nicht admins darunter bei der ihr könnt das natürlich auch umgekehrt machen wenn wir mal auf eigenschaften hier drauf gehen wir gehen auf den reiters sicherheit gehen auf erweitert dann habt ihr gesehen hier steht überall zulassen grundsätzlich gibt es aber auch noch natürlich verweigern also könntet ihr natürlich jetzt auch her gehen und könntet auch irgendeine gruppe erstellen und da das recht einfach verweigern für irgendetwas was ihr nicht möchte dass er da tun kann das wäre natürlich auch denkbar dann würde ich sagen wenn wir das video an der stelle ich hoffe euch hat es geholfen vor allen dingen wie gesagt wenn ihr mal eine struktur aufbauen ist ist natürlich gut zu wissen auch was sie wie gesagt die vererbungen betrifft dann würde ich sagen machen wir da hier ein cut wenn ihr noch andere thema bock drauf hat wo ich einfach mal ein video darüber machen soll dann meldet euch einfach gerne bei mir entweder in den kommentaren oder in meinem discord und wenn es euch gefallen hat freue ich mich natürlich immer über ein abo und like ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten video macht's gut bis dann ciao